Die Aufnahme wurde begonnen, das ist immer sehr schöner. So, bannen wir das und das und das. Ey, ich f*** euch, ich spiel kein Inferno schon wieder. Ja, dann lass Nuke spielen und Inferno bannen. Ja dann hier, Nuke und Inferno weg, tschüss. Könnt ihr Nuke? Kann jemand Nuke? Hallo? Na, es geht so. Kann nicht Nuke. Overpass ist drin, es kommt doch Overpass zu 102%, Alter! Es kommt Nuke, es kommt Nuke, es kommt Nuke. Overpass ist scheiße, er wird immer besser, aber trotzdem scheiße. Also ich hab's am Anfang auch gehasst, aber danach Liebe. Nuke ist in der Mitte. Nein, bitte nicht Nuke, bitte nicht Nuke, es wird Nuke. Overpass ist disselectiviert. Oh Gott, sei Dank! Look for your team's starting side. Ja, please erst Terroristen, please. Taubenmensch, Taubenmensch. Na, Taubenmensch. Muss mal Tauben schießen. Overpass. Ubi starting on the T-side. Ubi starting on the T-side. 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 T-side! Jungs, wisst ihr, was das geile ist, was mir grad auffällt, Chino? Ich kann mit Aufnahme, hab ich trotzdem noch 800 FPS, was ist das? Oh Allah! Ich hatte vorher, ich hatte vorher einen Counter-Strike auf Low-Einstellungen. Nichts in Mitte und offen, 40 FPS. Worüber reden wir jetzt hier? Pah, Jungs! Ist das für ein Gen2-Prozessor gehabt, oder was? Jungs, ich hatte im alten, mit dem allerersten Intel-Einstellungen. Oh, das hätten wir jetzt gar nicht drin. Auf jeden Fall 1. Gen nochmal. Fucking NASA-Trip. Ich hab wieder keinen Trainingsgegner. Früher, ich bin so ein Low-Bob. Das läuft hart. Ach ja, Jörn, du hast noch gar nichts gesehen, ne? Alex wird aufgerankt. Jo! Oh ne, was ist jetzt los? Nein! Nein! Warum? Auf den Schirm! Hack nicht ab! Oh Mann! Mann! Ich treff gar nichts. Wer ist noch nicht connected? Ich bin hier! Ich bin hier! Weil mein Spiel ist gerade nicht gerade eingefallen. Der Ritt! Du, das gibt's ja heute. Ah, geh weg! Hallo! Guten Tag! Hallo! Hallo! Mann, wo ist denn der AFK, Alter? Der Nive, Dalla! Und... Guten Tag! Dalla! Wow, ha! Oh, Steini! Ripp, Alter, ripp! Jo, da ist dein Spiel wieder gekippt! Ja! Na dann! Oh! Na gut, komm! Wir machen dann jetzt! Und jetzt! Ah, ich war schon Wochenende daheim! Was? Ich war schon Wochenende daheim! Nee! Ja, schade! Warum? Vorher redet! Ich sag euch ehrlich! Steini und Arne, es läuft ne Aufnahme! Ich möcht' nur sagen! Also, weil... Hey! Rush me! 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 Stineya! Steini! cardi! Läs dir mal meinen Forststack durch! Assertür! Muah! Explan thing! moonlighting! Der bomb!! Gold Nova, das dominating! Long dust. Wasser, Toxic Ich hab mich von einem hier Einer weg Noch einer weg Onspot, der letzte Wie weit seid ihr denn? Richtiges Talent Ihr habt gerade angefangen Ja, du warst Junge, ich hab euch gesagt Ich stehe gleich da Ja, ich hab... Gebrochen und gewissen Kann ja wieder weggehen Ja Arne, ich schreib dich gleich Oha, Arne gebrochen Oha, kein Bock mehr Oha Arne zuckern gehen, ja, komm weg Ja, auch gebrochen an seiner Stelle Ja, viel Spaß Tschüss Arne, ne? Sorry Ja, Arne Also wenn ihr den nächsten Mal fragt, wird der sein Ja, zum Recht Ja, zum Recht So'n Ding ist das Oh Gott Folge Gino Durch den Connector Oh ja, ich bin alle von irgendwo Ja, genau da Ich bin so gut wie down Digga, gib mal die Bombe her, wo bist du hin? Oh Mann Wie geht das nach gebrochen Mania aus? Gebrochen Mania? Ich bin low Mal lang versuchen Lass lang gehen, lass lang gehen Gnade out F*** Im Connector ist einer Ahhhh Unfassbar, wo, wo, wo seid ihr hingegangen? warum ist keiner noch? jetzt da war Konnektor eben richtiges Talent mit der Desert Eagle jedes Mal die hätten wir ja auch so einfach anhängen können mit 14 HP ECO oder was? ECO, ja klar Geht für ECO Wenn wir die nicht gewinnen, dann die nächste auf jeden Fall, ne ECO Geht rauf oder über den Konnektor Lass A versuchen Gut, versuchen wir A Ich bin Markus Söder, ich bin ein Fähnchen im Wind Toiletten Ja, Toilette, zwei drin Ab ihn Hinter euch auch noch einer Hinter euch Richtung lang Wo ist denn die Bombe? Ja, hinter euch, ja Liegt mein Leben, Alter Fuck off, Alter, kommen alle Oh mein Gott Geht nichts rein Ey, sitz, ich mach kills Hallo Also ich könnte noch kaufen, aber hier Keine Ahnung Eine ECO ist eigentlich unnötig, oder? Ja, unnötig Ich glaube es wird ein schnelles Match Ah, Quatsch Ja Potential Es wird so ein bisschen wieder 16-0 einmal Das letzte Mal Das wird jetzt aber auf der Verliererseite sind Rauch, ich raus Window Window Drei Window Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Connector Und Schort Und Schort Helfen immer noch Einer Schort Einer Window Wasser Eigentlich wäre ich da nicht drauf gewesen, oder? Window immer noch Aave Achtung von Kommt jetzt von Dingens Achtung von Achtung von Achtung von Achtung von Versuch die Aave zu killen Glaub ich Ja Aave gedeckt Gerade. Hinter dir. Mhm. Geht wieder Connector gehen, ihr könnt A versuchen. Versuch mal auf A lang zu klären. Wir sind in der Mitte fighten, wenns geht A lang. Wenn ihr da einen down kriegt. Ja, ich renne vor dich alle. Nehmt die Bombe mit, jawohl. Vertrau auf deine Schusswertigkeit. Und let's go. Ah. Oh mein Gott. Er ist da. Sehr schön. Geht lang. Pass auf Toiletten. Push die nicht. Connector hab ich. Versprochen. Einer steht bunk. Junge steht ja links. Short links. Ist der Half-Life oder? Ist Half-Life. Der letzte war Short. Jawoll. Jawoll. Meinster Half-Life okay. Aktivieren die Bombe. Kann einer die A will legen? Kann sie dir geben, ja. Dank. Ich würde sagen, ihr versucht euch nochmal. Ich würde B enttäuschen. Mhm. Ich würde über Mauer flashen und du versuchst ihn zu filmen. Hoppla. Mhm. Whatsapp sound ist einfach an. Throw in the flash mank. Connector. Einmal einer. Vorsicht, Jan. Innen steht einer. Ja. Sauber. Haben Bombe gesüchtet. Wie vor? In Mitte. Toiletten ist glaube ich einer drin. Connector kommt einer. Wir rotieren zu A. Mal schnell entblend. Blenden. Hab ihn. Ganz schön. Jetzt drauf 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 drauf. Punk. Ah, wie schlecht. Nicht facen. Die Bombe ist hier auf unserer Seite. Punk. Punk auch. Ich schleiche mich einmal. Vergesst es. Schön Julian. Links. Ah, endlich hab ich ihn getroffen. Mit die SSG eigentlich schon fast besser als Narva. Aber du musst da zweimal treffen, ne? Mhm. Aber du kannst dich ja mega schnell bewegen, du. Ja. Versucht mal einen B-Rush. Für dich. Wird wieder A enttäuschen. Wird wieder A enttäuschen. Der Connector kommen auf jeden Fall immer ein paar Leute, passt auf. Oh Guck, was da? Was denn? Ne, der hat einfach stand. Window. Komm, rushen. Ich plant die Bombe. Guck, oben rechts wieder ist noch einer. Oben rechts und links. Jaaaa. Halt die Fresse, Mann. Scheiße. Dann packen wir den noch eine Arbe. Wir waren doch zu viel Dawnspot. Wie sind wir da alle verhebt? Ich hab mich gefaced, während der durchs Molli geschossen hat. Aha, Silbermove. Ich wusste es. Dig mal. Was denn? Ja. Dig mal. Was denn? Der Acker. AK im Wandschrank. Ich hab einmal gefaked. Ich hab einmal gefaked. wird. Der Kill alle. Ah, will nicht. Aaah. Ich bin so blind. Schade Versucht abzuplenden Wenn es geht Oder wo seid ihr gerade? Wo ist die Bombe? Bin lang Kannst du den einsmoken, Jan, ohne zu sterben? Hey Spannender Scout Zeig dich mal kurz Daneben Morg war daneben, verdammt Oh, noch einer! Vorsicht! Jawohl Geht rauf Es ist nur noch einer FFB Daneben Ach komm, Alter! Wank, wank, wank! Exit! Oh! Okay Ich werde erst mal weg Wie konnte ich den nicht killen, also? Fass! Oh, Jungs! Let's go! Willst du die... Ja, nimm die Arca, dann nimm ich die Arbe Jo, alles klar Passt Mach was schönes, Clubby Ich würde sagen, wir gehen alle A Ich würde kurz antäuschen, wenn weh Ich würde kurz antäuschen, wenn weh Flo, ich treffe den nicht Oh, da fehlt einer! Oh, ist der! In der Mitte direkt Schau, stark Was rushen Durch Toiletten oder so Was? Halt, throw in a grenade Nee, nee, nee! Ach, Chloe, du Sack Wegen genommen Komm, Konnektor Komm, Konnektor Kein, weiter Der steht da in den Oha Oha Boah! Boah! Bieter enden. Macht was ganz wildes. Ganz wild. Wollte ein Feuerchen legen. Hat geklappt. Fake ist durch. Nochmal das gleiche, würde ich sagen. Ich gehe diesmal Connector-Kloby. Guck du allein. Oder Mitte. Throw in smoke. Slip back. What? Wo? Keine Ahnung, durch Smoke. Keine Ahnung. Radar ist durch, wahrscheinlich bei den Toiletten. Und mir direkt Fetschern. Fetschern. Gehst du vor, ich deck mit der Aare. Nein, dahinten. Oh, Mitte ist noch einer. Bei Letz kann es sein. Fank steht bestimmt wieder einer. Unser Nuss. Den pushen wir den Wichser. Oh, echt? Ja. Ja, schön. Rechts und links. Bunk. 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 Buss mal raus. Der pusht. Oh, Leute, wo seid ihr, wo seid ihr? Jan, Jan. Wo ist fucking Jan? Oh, Junge, ich hab hier fast die Josen gekackt. Ich dachte, du hängst noch den Connector und guckst dir Bilder an. Nimm die Arme mit, nimm die Arme mit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wo ist Jan? Wo ist Jan? Oh, da ist Jan steht irgendwo irgendwo. Das macht nichts. Oh, schön. Ich weiß, er aimt erstmal noch krass daneben. Man hat Glück, dass der andere nicht raus hat. Ja, weil ich den Schutz eher rechts gesehen habe. Wo er abgeprallt ist. Ich dachte, das wäre ein Rundungsfeuer. Lass B gehen Hör mal B, doch da auf Hallo Geht, geht, geht Lobi und ich kommen über Connection Wollte mich slashen, dumme Sau Let's go Wir ficken die Onsward Rock der da noch? Lass die Tür auf Warte Wo sitzt der? Ja komm, da sitzt auch noch einer Links Da hinten links in der Ecke ist einer, Achtung Ich bin so fucking low Nice Hat er keine Waffe, what the fuck? Ja Ja Wir haben hier auf Eco wieder runter gepusht Würde sagen, wieder A Die Bombe liegt im Spawn Die Bombe liegt doch schön Läuft Läuft Einer weg Weg im Body, doch short Hits 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 Gitt Hits 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 Was? Der Hurensohn mit der Pumpe? Komm der fähs doch nochmal. So ein Schieß aus Versehen. Völlig einfach. Lange ist? Jetzt einer. Rechts glaube ich wieder. Zubi. Ja ich glaube. Wann? Weiß wo er steht. Scheiß auf den. Ja der ist ein Witzer. Die Bombe liegt in der Mitte. Wo liegt die Mitte? Steht einer. Da liegt Party. Wie ist das für ein Gegner? Haben wir die Bombe? Ja. Bumpe ist down. Nur noch einer. Zwei. Ah der ist auf K. Komm. Bumme. Bumpe. 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 Alter ich hab ihn noch gehört. Bumpe ist geflasht. Bumpe. 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 Ich fick den jetzt. Der war hart. Ich hab den aber auch einfach nicht. Er läuft halt bei Jörn ey. Können wir auch mal. Na Aabe. wie viele aber haben wir jetzt drei oder was würde ich dann behaupten ja jeder lässt die bombe fallen sehr schön was war das denn für ein lucky shot ich bin der schlechteste spieler lang durch lang durch lang durch toiletten fast Was? Was? Funk auf jeden Fall ums stairs Fuck ging von hinten lang, Alter Hä? Hä, der war doch drauf Dach drauf Dach ums stairs Vorletzter Der muss den gehitzet haben Ach komm, lang Ah, schade Ah, war das schlecht Aber ich hab den doch gehitzet, also Ja, ich glaub Ich glaube, IPs da rumliegen Schade Würde sagen B Der scheiß Pump, Manni, den hole ich mir jetzt Würde A wieder ein bisschen B Würde A wieder ein bisschen Wirbel machen Geh mal wieder Connector Ne, ne, GB Geh dann mit Connector Wenn ich da eh schon lang laufe Ah, okay, verstehe Bruder, bleib mal links Sonst dodzt gleich an dich Warte auf, der kommt gepusht damit er pumpt Warte auf, der kommt gepusht damit er pumpt Ich bin geflasht Ich bin geflasht Ich bin geflasht Ich bin geflasht Ich habe eine Grenade Scheiße Ich bin geflasht Ich bin geflasht Ich bin geflasht Ich bin geflasht Danke so lächerlich er hat sich nicht mal angeguckt ich war halt auch war das 15 runden ja ich drehe mal jetzt ein bisschen auf ich gehe B ich gehe auch B gut dann werde ich auch B gehen ja ich mache auch zur sicherheit ja ich gehe komplett ich gehe komplett ok ja 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 sie kommen B unten einer lowlife sie kommen Rumpet down runter gefallen scheiße letzter keine Ahnung er ist noch davor ja alles hat er den Siegel gehabt? komm mit Zudi ok ok ja ich kann jetzt von mir aus A gehen wenn er von den A ist wieder an B gehen will ja ja ich wo gehst du hin? lang oder? richtig lang also wenn ihr B geht dann guckt auf jeden Fall einer Short und einer Toxic dann gehe ich mit Clubby ja das mit da rein wieder B werden schau ha Baby auch nicht mach wir auch bin ich schlecht nicht zu offensiv geht nicht zu offensiv Puff Spielplatz yeah da ich komme nach oben Ich mach hier, guck lang Connector ist noch Ja, bleib zurück Bommel liegt A lang Toiletten Und einer noch lang Einer kommt lang vor Mein Gott Lang? Warst du? Ja, ich mein schon Ah, ist hit Ja Ist hit Wir planten Hat angetäuscht Oh nein Ach komm Wie viel hab ich dir Schaden gemacht, bitte? Er ist bin in der Mitte Ach, 38, 2 Los, los, los Ich hab wieder ein Instant Headshot Ja, fuck off, alter Ach, fuck ey, beide Hits Wir haben beide Shot Ungelegter Shot Warum stirbst du nicht? Connector einer Hits Sind drauf, ja, sind drauf Wurde auf A Wurde auf Komm, diese Scheiße Jungs Lass mal eine Echo machen, bitte Ja Sollen wir irgendwas switchen Wir brauchen auf jeden Fall A lang eine Awe Ich würde auf B gehen mit Clubby Und ähm Jörn soll Connector spielen Let's go, let's go Jetzt erstmal egal Wegen Wegen Echo Aber danach halt Wenn wir die Spots haben können, die eigentlich nichts machen Und die rennen auch nie auf B raus Komm, B, oder? Ich bin der dümmste Mensch der Welt Ich sagte die kommen B Bin dann verunsichert Renn einfach weiter rein Ist okay Ach, komm Ja, die sind B Die schleichen rum wie die Deppen Ich hab die Steps, diese Holz Steps gehört Und dachte am Ende, dass wir Gino oder so Ich glaub, da rumrennt Ach, komm, Alter Ich hab keinen Arm Schön hier, oder? Ja, versuch aber irgendwas Sonst hast du kein Mann Ja, lieber reinrennen Verrecken Versuchen wir mal, jemand zu killen davon Ich bin behindert Ich muss nachladen, wer ich schieße Wenn der nicht abgeschossen wird hast du aber und dann jörn kauft ihr mann smoke genau und moke dann wenn du in connector geest smokes vor der tür also so dass du die tür siehst und wir pushen nicht weil die schleichen die sollen ruhig zu uns kommen ich komme da nicht hoch aber ich sehe nix schleichen safe darauf dass sie nicht zu lang kommen überteilt nicht so weit klug die kommen gepostet auch durch die wand ich wusste nicht dass man da durch schießen kann komm zu mir alter alex wir sind da die idee bombe down on spot nichts was ist nicht ach komm und dann nimmt er mich direkt wasser hinten kommt alter er hat mich durch die wall gebangt alter ich geh jetzt b ist mir scheißegal was er sagt 90 hat die gerne von euch angeschrieben ne ist die große ne wir gehen jetzt kauf kaufen ja ja ok er hat mir geschrieben gino watti der kommt auch mal 5 gegen 5 oder was ihr könnt gleich erstmal ne runde machen weil ich muss dann einfach kurz nochmal weg wir spielen jetzt mal weiter wenn einer raus geht dann nicht gehe ich raus und watti spielt ne ihr könnt gleich danach kurz spielen also ihr könnt danach spielen ich muss dann mal zur tanke ich muss noch pakete pumpen du tanke oder pakete was willst du mal der tanke ich arbeite pumpen ja musst du noch arbeiten heute oder was ich arbeite nicht ich bin noch ein pakete pumpen das ist heute angekommen ich will gehen mal zur tanke weil dann musst du nicht da sein zu Hause naja beste würde ich auch mal jungen besser als einen Tag zu warten und dann zu DHL zu fahren eben alter diese scheiß zettel den kann ich gar nicht mehr finden ohne scheiß immer wichtig zu kennen halber herzinfarkt jungen das geilste ist noch wenn du zu hause bist und die einfach nicht klingen und die einfach in den zettel reinschmeißen die hunde weißt du das geilste ist bei Hermes wenn die nicht mal ausfüllen und du weißt nicht wo wo der Paket ist ja genau oder wenn erstens das und zweitens wenn du in der Nähe einfach keine Hermes Paketstation eigentlich hast wenn du erstmal suchen musst wo hab ich ne Hermes Paketstation da hast du irgendwie so hinterhofen ja weil keiner bei Hermes ist weil keiner bei Hermes nimmt man aber bei DPD musst du den ganzen Weltreisen machen DPD ist ja nochmal DPD ist lust ja ich hab jetzt auf der CD Seite nicht ein Key gemacht bis jetzt äh das ist auch nicht läuft Jemand habe ich einen Schaden mehr als Gino ist echt voll eng Achtung mehr Achtung mehr wir sind einer mehr come on ja let's go ach mal sehen wie lange ja die nehmen auf die mit Timeout des Lebens Junge alter wie ich das hasse schieb doch einfach ein Bot hinzu wie früher und spielt weiter so ein Rettung das wär das geilste wenn du das einfach entscheiden könntest du noch einfach ein Bot haben willst und dann wenn er rejoint der einfach ersetzt wird mit dem Bot Bot 2 hat uns einige Runden gerettet ich sag so wie es ist Du konntest ja ja immer steuern ne ja so let's do this viele T-Runden wir gewonnen haben also wer geht B? ich boah ich soll die mich ficken oder was ey es geht jetzt bis es geht jetzt noch ne Minute so ach ja ach ja ... so you will believe in love of the night I can't be anything that's on the path oh ach ach Vielen Dank. 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 Ja, lasst euch nicht wegkommen. Nicht direkt wie ein Unterzeuger. Oh mein Gott. Ja, richtig. Richtig. Gute Runde, Gino. Ich bin auch von hinten. Alex, ich bin auch von hinten. Alex kann es mir legen. Alex mit dem Money. Dankeschön. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ich würde sagen, wir machen das Gleiche. Ja, ja. Ja, ja. Ja, B kommt. Ja, B kommt. Ja. 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 Na auch. Entschuldigung. Ja. Ja. Das ist auch einomen. Wie sie ist da drauf? Ich bin einberghäutet. ich komm B durch, komm B durch oi 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 oi, wie soll ich denn das machen einer down, unspot links Gina, hast du gesehen? eins noch hinter der säule flashbang ah, ich hab da echt ein bisschen gefailt mit der AWE den ersten hätt ich kriegen müssen eco, eco, äh, force by so, wir hat schon gebyte dann, lass kaufen, danach eventuell eco hier wieder connector die eh immer 1000 für, äh, ach ne, nicht Tavier die bekommen immer 1000 für ja, wir haben nächste oh geil, wenn wir einfach 1000 kriegen ja, wir kriegen aber nächste Runde wegen Verlierer-Boros go, go, go ich bin nochmal so offensiv ne ich bin nochmal so offensiv blöd ich bin so gefreut ach, das gibt es doch nicht, man ach komm, alter noch einer runter noch zwei Stücken ich bin so ein Stück scheiße noch einer? noch einer links? nach der EUH mei doch こ ist denn los mit euch? ich geh wie der connector boah, tausend Menschen Ich will mit dem Konnektor gehen. Okay. Häng rund aus so was. Junge. Ja die kommen über kurz. Oder? Ne. Das war Dingens. Alles gut. Das ist aber B. Oder Konnektor. Okay sind sie nicht. Ich weiß nicht wo die sind. Ich komm mit auf A hoch. Party. Über A. A lang und Mitte. Ey das gibt es doch einfach nicht man. Ich treff nix mehr. Ja dann. Ah. Er ist mir nicht orientiert. Ja sorry Gino. Jo. Lauf direkt on spot. Ah. A lang. Ist noch hart gehettet. Er regelt das dann auch einfach. Kannst du entweder du savest die ab oder du fickst den jetzt. Du musst dich nicht beeilen. Halt dich. Nein. Ich hab noch gemacht. Ich hab noch gemacht. Worum hör ich denn auf? Warum hör ich denn auf wie ein Vollhonk? Come on. Let's do this boys. Du hast ihn halt auch nicht getroffen. Eko bitte. Eko. Eko. Ja das war der A gasen. Versuchen 2 zu killen 3 zu killen. Jo. Auf geht's. Ja komplett mitte durch. Auf geht's. Mit Gebrüll. Eine Flash will ich kaufen. Zum rausflaschen. Oh mein das wär die Runde gewesen. Move it. Move it. Auf geht's ihr Bobs. Auf geht's ihr Bobbys. Landed fuck. 3, 2, 1. Ich bin geflasht. Die sind einfach alle auf B. Egal wir holen die von hinten Jungs. Let's go. Von hinten gefällt mir. Let's go. Ja die sind schon drauf. Egal Alex hat einen. Egal Alex hat einen. Egal Alex hat's gewinnt. So. Drei Runden für jetzt gewinnen. Kommt Jungs. Ejo was war das. Ejo Captain Jack. Ejo Captain Jack. Ejo Captain Jack. Bring me back to Rainbow Jack. Bring me back to Rainbow Jack. Bring me back to Rainbow Jack. Alles klar Jungs. Give me gold in my hand. Give me gold in my hand. Hey. 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 I'm the fucking Ocean Man. Schweres Schlaganfälle parallel. Ejo. 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 und Toiletten. Gehen beide lang. Sterb nicht, sterb nicht, sterb nicht, sterb nicht. Komme. Lass mich ja lieber planen. Jetzt frag ich ihr als erstes, was auch. Bin da. Toiletten, Toiletten. Kann nicht sein. Jawoll. Ich fess mich ein. Fess mich, ich spiele Scout gerne, Alter. Boom. Ah, ich tick mal A, wie schnell. Einfach weg. Ich möchte sie faster haben, danke. Guck mal meine Scout wieder. Danke für die Scout, Digga. Geht's auf B, geht jemand Connector? Ja. Nee, geh du auf B, geh du auf Snaggiff. Baller einfach die ganze Zeit da rein. Wohin? Hier einfach Short. Nee, da bin ich schon mit A. Dann halt Short. Dann kommt auch was, glaube ich. Ja, oder? Geh weg, ja. Geh zurück. Noch einer mit A, pass auf. Schon von hinten. Geh weg, geh weg. Geh weg, bitte. Lass euch nicht wegholen da. Ja, oder so. Okay, Gino. Kommt Jungs, unsere Runde. Wo ist der letzte Heiß? Vielleicht haben wir spawnen. Warte, das mach ich. Das mach ich mit der Arbel. Warte. Boah, drei Runden, die drei Runden geholt. Alter. Wichtig Jungs, gutes Spiel. Ja, das mach ich mit der Arbel.